TESEL, das Ohr war gerade knapp. Steffen, an der richtigen Richtung. Wie bitte? Legen rein, innen. Das Bus 0,0 zeigen. Fahrwerk hoch, wer es nur unten hat. Die letzte A10 hat das Fahrwerk noch unten, wie auch immer das ist. Auf, gleich mit dem Anruf. 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 Auf, gleich mit dem Anruf Żby Selbstotherapie Co2 ist abgestürzt. Das war sogar I, der abgestürzt ist Okay, Miele, dann mal von der anderen Seite rein Wah, 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 wah Alles klar Konfetti Okay, dann, geht es los, so ich kann gehen Yep Das aber der Gegenverkehr ist Gegenverkehr Oh, Tase, um Hört er mich jetzt? Ja Laut und deutlich Sehr schön, dann krieg ich die Probe in den, dann kommt nochmal der erste Überflug Das war aber nicht, Steffen, du hast mir die Haare das jetzt Ja, das war ich Inbound So sehe ich aber nichts mit dem ganzen Lametta da Okay, bin im Anflug Süd nach Nord oder Nord nach Süd? Süd nach Nord 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 Das wird so verdammt schnell werden, ich glaube nicht, dass das nur reagieren kann. Und dann noch eine ganze Zeit, dann steht auch Wolken, die hat die Gartanem-Druck-Bichter. Uiui, Gegenverkehr. War davon irgendwas brauchbar? Wie brauchbar? Von den Nachbrennern anfliegen. Ich schau ganz, mach mal nochmal ein mal eine, tief. Das muss dann doch ich auch hin. Jupp. Das war gerade haarscharf, ist ganz wahr. Wunderbar, das war haarscharf. Ja, das war wieder ich. Hat das was gesagt, großen Norden, oder?